So Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play WoW Shadowlands. Die letzte Woche ist angebrochen, die letzte Kampagne steht an für 9.1. Und ich würde sagen, wir verlieren nicht viel Zeit und hören uns mal an, was der gute alte Gandalf, ich meine der Primus, zu sagen hat. So, ich fürchte unsere Pläne so weit aufzuhalten, wurden veraltet, sterblicher. Jemand hat ein Portal in ein verbotenes Reich geöffnet und der Verbannte hat eine Macht wieder erlangt, die ihm vor langer Zeit genommen wurde. Ich spüre, dass eure Verbündeten aus den Samtungen der Herrschaft zurückkehren. Ich muss ganz genau wissen, was dort geschehen ist. Ah, okay, das ist also nach dem Raid quasi. Alles klar. Nach dem Raid. Wo? Ah. Der Tag, den ich so lange gefürchtet hatte, ist schließlich gekommen. Okay. Ah, okay, da wird das Cinematic gezeigt. Leute, ich überspringe das Cinematic, weil, äh, ja, ich sag's mal so, jeder, der es gesehen hat, hat es bestimmt schon mal gesehen. Ähm, hm, 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 hm. Ja, das ist natürlich nicht so gut. Jaina scheint traurig, aber fest entschlossen. Es gibt immer noch Hoffnung. Bevor Anduin den Kerkermeister durch das Portal gefolgt ist, ließ er etwas fein. Ich glaube nicht, dass das zum Plan des Kerkermeisters gehört hat. Es muss ein Zeichen sein, dass Anduin immer noch Herr seiner eigenen Seele ist. Jaina öffnet ihre Hand, um euch einen goldenen Kompass zu zeigen. Das hier war Anduin sehr wichtig. Ich fühle darin seine Anwesenheit. Wir müssen herausfinden, warum er ihn für uns zurückgelassen hat. Kontrolliert eure Macht. Jaina, was hat Anduin da zurückgelassen? Einen Kompass. Er war ein Geschenk an seinen Vater. Varian hatte ihn bei sich kurz bevor. Wir die Legionen an der verheerbten Küste bekämpften. Ich glaube nicht, dass Anduin ihn verweigendlich fallen gelassen hat. Er muss gewollt haben, dass wir ihn finden. Als Zeichen, dass er die Macht des Kerkermeisters nicht ganz übernommen hat. Mehr als das, glaube ich. Ich spüre eine Verzauberung am Kompass. Vielleicht hat Anduin uns mit Hilfe des Lichts eine Botschaft geschickt. Volver, helft ihr uns, den Kompass zu untersuchen? Natürlich, Jaina. Der Kompass ist mit einer Erinnerung versehen. Ich spüre es auch. Sehr klug, Anduin. Was wolltest du uns zeigen? Ja, da bin ich jetzt auch mal gespannt, was da jetzt kommt. Die Schlacht beginnt sehr bald. Ich kümmere mich um die Eindringlinge auf Torgast. Später in Oribos verteidigt ihr so Val, während er das Ritual beendet. Ihr meint, er zwingt mich, ihn zu verteidigen. Wann immer er mich beherrscht, spüre ich, wie ich mir von mir verliere. War es so, als Arthas euch wiedererweckt hat? Sylvanas? Hohl. Leer. Alles, was ihr einst wart, von Dunkelheit verschlungen. Ja, junger Löwe. Aber am Ende werden unsere gebrachten Opfer es wert gewesen sein. Wenn der Kreislauf von Leben und Tod gebrochen und neu erschaffen ist, dann... Bis dahin werde ich verloren sein. Und ihr ebenso. Ich hoffe, meine Freunde erinnern sich daran, wer ich war. Nicht, wozu ihr mich gemacht habt. Das was? Nein, Anduin. Wir verlieren dich nicht. Ich schwöre es. Tränen laufen über Jainas Gesicht. Wir dürfen ihn nicht verlieren, Arjoch, um keinen Preis. So, erneuerte Pakte. Wir haben uns darauf konzentriert, dass der Kerkermeister nicht die Barriere um den Schlund durchbrechen und in die restlichen Schattenlande einfallen kann. Stattdessen hat er den Schlund selbst erweitert, um Euribus zu verschlingen und das Siegel der Richterin an sich zu reißen. Ich verstehe noch immer nicht ganz, was wir an der Spitze von Torgas gesehen haben, aber der Primus tut das ganz sicher. Es wird Zeit für seinen Notfallplan. Die Pakte werden in Kürze mit ihren Siegeln eintreffen. Informiert den Primus, dass wir bereit sind. Alter, und das war's schon. Nicht euer Ernst. Das ist das Letzte. Okay, warte mal. Ja, wir gucken uns das an. Vielleicht kommt noch irgendwas. Vielleicht noch ein Cinematic oder so. Sobald mag die Schlacht gewonnen haben, nicht aber den Krieg. Ein Ziel vereint uns und gemeinsam wird der Sieg unser sein. Pakte der Schattenlande. Tretet vor. Na ja, genau. Dann müssen wir erstmal die Siegel einsammeln, die wir ja schon die ganze Zeit geschmiedet haben. Das hat ja auch schon eine Weile gedauert. Das war ja eigentlich der ganze Grund für unsere ganze Kampagne, die wir hier gestartet hatten. Eine Weile hat das ja gedauert. Mal gucken, was er jetzt daraus bastelt. Der meint ja irgendwie einen Schlüssel oder so. Wenn ich mich nicht recht entsinne, hat er mal was davon erzählt. So, ich gebe dir jetzt das Siegel. Was machst du jetzt damit? Krass, das war's einfach mal. Ausgezeichnet, Sterblicher. Ihr habt euren Teil erfüllt. Nun beginnt meine Aufgabe. Als Sieg, der wir noch nie gesehen haben, übersteigt, sterbliche Vorstellungsgraden. Einst stand zur Wahl als Richter in unserer Mitte und doch trotzte er den Willen der Ersten und wollte das Gleichgewicht des Kosmos stürzen. Für seine Vergehen nahmen wir unserem Bruder seine Macht und banden ihn an den Schlund. Ich selbst schrieb die Runen der Herrschaft um sein Fleisch. Mit Soval's Anima suchen wir eine neue Rechterin, leidenschaftslos und berecht. Ich hätte ahnen sollen, dass er den Kampf um seine Macht nie aufgeben würde und seine Pläne bis zum bitteren Ende verfolgen würde. Was hat er nun vor? Soval sucht die Geheimnisse des Krabmars. Wenn er das Wissen findet, dass er so wird, wird alles, was ihr kennt, untergehen. Vier Siegel stehen für die neue Hoffnung der Paktfelle. Mit ihnen werde ich einen Schlüssel schmuchen. Doch etwas muss das Siegel der Richterin ersetzen. Greift die Schlundgebundenen weiter an. Wenn der Schlüssel fertig ist, rufe ich euch. Ihr Tod greift nach der Seele eurer Welt sterblicher. Doch gemeinsam könnten wir sie retten. Okay, das war's also mit der ganzen Kampagne. Warte mal, unten ist noch was. Verlegt der Van 4 Foliant. Das gucken wir uns gleich auch noch mal an. Das ist neu, das ist vielleicht noch eine Nebenquest. Aber warte mal, hier sind noch mal ein paar Sprechblasen. Können die reden oder was? Ah ja, bleibt deine Weiche und dann hör zu. Beim Licht, Jaina Prachtmeer, seid ihr das? Uta? Uta? Ein Kyrianer? Ach, natürlich. Es passt für euch. Ich habe euch kaum erkannt, Jaina. Zuletzt haben wir gesprochen als... Stratholm. Nach der Auswertung. Ich erinnere mich. Ihr denkt auch noch an ihn, oder? Auch all die Jahre später. Ich habe versucht, die Vergangenheit hinter mir zu lassen. Jetzt, bei dem, was Anduin angetan wird, kommen die schmerzhaften Erinnerungen wieder. Erinnerungen sind wie ein Spiegel. Sie zeigen uns Aspekte unserer selbst, die wir manchmal gern vergessen würden. Aber ihr könnt wählen, welche Lehren ihr daraus zieht und was ihr zurücklassen. Ich habe ihn geliebt. Wisst ihr? Ich auch. Nehmt diese Lüder mit, Jaina. Aber lasst sie euch in finsteren Zeiten stärken. Danke, Uta. Könntet ihr an Weichen bleiben und reden? Ich habe so viel zu erzählen. Ah, so kleine Mini-Dialoge. Interessant, das hören wir uns gleich später an. Ich will jetzt mir wirklich diesen folianten Mann anschauen. Aber das ist ja neu. Das war davor nicht da. Das will ich jetzt mal gucken, was das ist. Das steht, das liegt da einfach mal so rum. Aber vor allem, jetzt ist es aufgetaucht. Gucken wir mal, was das ist. Ein Buch scheint vor kurzem im nahegelegenen Vampir-Lager vor den Tisch gestoßen worden zu sein. Die Vampir waren wahrscheinlich dankbar, wenn ihr es ihnen zurückgebt, bevor einer der Grommets es als Nist-Material benutzt. Hebt das Buch auf, um es zurückzugeben. Ja, dann machen wir das, ne? Ja. What the fuck? Dachtet ihr wirklich, ihr werdet mein einziger Fluchtweg und sterblicher? Ich hab euch eine Chance geboten. Und ihr habt sie grönig vergonnen. Ihr werdet dafür bösen, mich zu verärgern. Aber erst bedürfen noch wichtigere Dinge meiner Aufmerksamkeit. Genießt also den kurzen Aufschub. Es ist der letzte, den ihr erleben werdet. Also, er ist jetzt in Kommen, oder was? Ja, toll. Erscheitert, zettet ihr und Malganis noch eine Rechnung offen. Ihr seid euch sicher, wenn ihr euch irgendwann dem Kerkermeister stellt, wird auch der Schreckenslord dort sein. Also, Raid-Boss-Confirm. Das wird wahrscheinlich so einer der Raid... Oh, da hinten sind noch mehr. Aber, Leute, das gucke ich mir einfach mal privat mal an. Wobei, warte mal, ist das Darion? Oh, das höre ich mir doch an. Es ist ja noch mal zu rein und drag, aber das möchte ich mir anhören. Wir wurden so lange geteasert, dass die endlich mal reden sollten und jetzt ist es endlich soweit. Tyrion Fortring hat also in meiner Abwesenheit den Aschenbringer aufgenommen. Kaum einer wäre würdiger. In der Tat. Er hat sich dem Lichtkönig im Kampf gestellt und Frostkram selbst zerschmettert. Und doch wolltest du ihn in den Untot erheben. Weshalb willst du ihm die verdiente Ruhe verwehren? Ich habe Tyrion einst gesagt, dass nur eine silberne Hand eine schwarze Klinge führen kann. Wir brauchten einen vierten Reiter, einen, der die anderen führte. Er schien die richtige Wahl zu sein. Wie es scheint, hat das Schicksal sich anders entschieden. Das sollte nicht mein Erbe an dich sein, Darion. Du hast mich gelehrt, zu verteidigen, was ich liebe. Dieses Erbe führe ich mit Stolz fort. Aber das sind so die Momente, die ich auch momentan an der Geschichte auch geil finde. So die ganze Sraldraka-Sache und die ganzen anderen Geschichten, die wir hatten. Auch so, wenn man mal auch abkoppelt und guckt, so zum Beispiel die ganze Revendreve-Geschichtstrang, die wir da gemacht haben. Fand ich auch ganz cool und hat Spaß gemacht. Und ja, das war es erstmal so mit der ganzen Kampagne an sich. Ich werde mir das jetzt nochmal privat anhören. Das sind halt nur so kleine, nette, interessante Geschichten. Aber ansonsten werden wir uns erst im nächsten Patch wiedersehen. Und ich würde sagen, bevor wir gehen, ein kleines Abschlussfazit zu der momentanen Geschichte, wie sie nun mal ist. Ich werde mich kurz halten. Ich will nicht zu weit ausholen. Aber bis jetzt bin ich enttäuscht von der Geschichte. Muss ich fairerweise sagen, ich finde sie nicht spannend. Ich hatte echt erwartet, vielleicht in 9.1 kommt jetzt noch irgendwas Krasses, was uns so ein bisschen vielleicht noch den Kerkermeister näher bringt. Dass wir ähnlich, so weißt du, wie man so aus Serien, Animes oder so kennt, dass man so ein bisschen mehr vom Schurken kennenlernt, so ein bisschen mehr zu verstehen beginnt, warum er das alles macht. Dass man so eine gewisse Sympathie zu ihm aufbaut. So, das war ja auch mit dem Lich King so. Auch weil man ihn aus Warcraft 3 kannte, dass man wusste, was er durchlebt hat. Und dass man sich gedacht hat, oh scheiße man. Ja, kann ich verstehen, warum du so geworden bist, wie du geworden bist. Aber bei dem verstehe ich einfach null. Momentan ist die Story einfach für mich kompletter Bullshit. Weil ich wirklich sehr, sehr viel nicht verstehe. Und das, obwohl ich, und das muss man fairerweise sagen, alle Hauptquests, alle Hauptquests habe ich gelesen, aufgesogen wie ein Schwamm. Natürlich habe ich ein bisschen was wieder vergessen, aber ich check's nicht. Ich muss wirklich super viele YouTube-Videos von Kraft oder anderen Leuten angucken, damit ich überhaupt verstehe, was da abgeht. Also das grobe Prinzip verstehe ich ja, aber die ganzen so netten Details und die Kern, warum, weshalb, wieso, warum Silvana so ist und auf einmal kurz vorher Sinneswandel, Kerkermeister, keine Ahnung, warum er die Siegel brauchte. Warum macht er das? Keine Ahnung, warum er das macht. Das ist halt das, was mich so ankotzt. Und nicht zu, also was heißt nicht zu Unrecht, zu Recht wird momentan die Story so ein bisschen wie Avengers Infinity War und die andere Avengers-Filme verglichen. Das, aber eben wirklich richtig, richtig scheiße mit den Siegeln, dass irgendwie die Realität und das Ganze alles wieder nochmal umändern möchte, so wie ein Phanus halt aus Avengers, ne. Aber es ist einfach null spannend, null interessant und ich check es nicht. Man checkt es nicht. Ich, ich, das ist halt leider so. Das ist so, als würdest du wirklich auf Wish einen Avengers Infinity War Film bestellen und dann kriegst du das hier serviert. So eine Kacke kriegst du serviert. Also ich meine, ich will ja nicht meckern so. Ich freue mich, wenn es Leute gibt, die sagen, ey, ich finde die Story geil, es macht Spaß so. Aber für mich persönlich ist es nichts. Ist wirklich nichts. Das ist mir viel zu viel Mysterien, nichts Festes, keine festen Antworten die ganze Zeit. Ja, vielleicht da. Ah, ja, da ist auch noch was. Ah, da ist auch was. Aber wir verstehen nie, worum es wirklich so geht, warum das so ist, wieso Silvanas so ist, warum der Kerkermeister seine Pläne verfolgt. Wir haben jetzt gerade erst erfahren, warum er überhaupt das macht, was er macht. Und das war auch nur mal kurz in dem Nebensatz erwähnt. Anstatt, dass man vielleicht ein paar Quests bekommt, wo man ein bisschen mehr kennenlernen, wieso, weshalb, warum. So, das ist das, was mich halt persönlich stört. Und da muss ich auch fairerweise sagen, da fand ich Battle for Azeroth viel besser, was Story angeht. Klar, man kann da Silvanas wieder ausklammern mit ihren 3D-Schachspiel, dass sie da irgendwie Meta spielt. Aber so an sich war es wenigstens eine verständliche Story. Ich musste nicht so viele YouTube-Videos angucken. Ich habe einfach nur die Texte gelesen und ich habe grob verstanden, worum es geht, wieso das passiert, was die Charaktere denken, wieso sie so handeln und so weiter und so fort. Aber hier ist das wirklich, ich muss wirklich super viele Videos gucken. Und das sehe ich nicht ein. Also ich tue es trotzdem, weil ich überhaupt irgendwas verstehe. Aber ich meine nur, es muss eine Story sein, die ich verstehe, wenn ich es lese und aufpasse und mir Notizen mache oder sowas der Art. Aber hier ist das halt so. Und ich bin enttäuscht. Ich dachte, das wird wirklich mit 9.1 besser. Und sagen wir mal so, die ganzen Sachen, die momentan bei Blizzard abgehen, so mit den ganzen, ja, ihr wisst es ja wahrscheinlich, mit den ganzen, ähm, Sachen, die so im Hintergrund abgehen. Viele Leute werden gefeuert. Jetzt gab es so einen Sex-Wire-Skandal, dass da weibliche Mitarbeiter sexuell belästigt wurden und, und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Das macht es alles nicht besser. Ähm, aber ja, was soll ich sagen? Ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass die 9.2 irgendwie das Net zu Ende bringen, weil ich bezweifle, dass wir 9.3 bekommen werden mit der Einstellung momentan, die die Spieler so gegen dieses Add-On haben, weil viele Leute finden das einfach nicht geil. Und, äh, wie gesagt, das mit diesen Infinity War und Fairness und dass der Kerkermeister so eine billige Wish-Kopie ist, ich bin nicht der Einzige, der so denkt, ihr könnt ins Internet rausgehen, da werdet ihr genug Leute finden, die das ähnlich sehen. Aber das ist so meine Meinung, ich bin nicht begeistert von der Story, aber ich freue mich für diejenigen, die wirklich ihren Spaß daran haben und ansonsten würde ich sagen, Leute, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder, wo wir dann, äh, hoffentlich mal 9.2 eine etwas bessere Story serviert bekommen oder vielleicht, besser gesagt, einen schönen Abschluss bekommen zu der Story. In dem Sinne, Leute, sehen wir uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin. See ya.